Wer ist der Vater? Ich. Beide. Ich darf wieder auch noch mitmachen. Unsere Lieblingshebamme stellt sich im Januar ganz neuen Herausforderungen. Mein zukünftiger Mann und ein totales Chaos. Was gibt es Schöneres als den Montagabend im Babyglück? Kurz will Hanne. Das willst du nicht so schwer heben in deinem Zustand. Ja, das ist ein Schuss mit Blatt. Das ist wieder Meisebärm. Setz dich ganz schnell. Du hast nur zu einem Sturz gebrochen. Vier spannende neue Aufgaben für Lena Lorenz. Jeden Montag um 20.15 Uhr. Nur auf Romance TV.